Hallo Leute, ich bin Tales of Freak. Schön, dass du wieder eingeschaltet habt. So, ähm, letztes Mal haben wir gestoppt. Ähm, weil es ja wieder zu zeitig war. Ähm, ja, erst mal hol ich mir die Kiste da hinten. Na toll. Ja, ja, der Sieg ist unter. Dann wollen wir erst mal, oh, Fuß los, Ring, okay. Und einen Fuß losringen. Und ab weiter. So. Nein, toll. Ich höre mich immer lieber, bevor mir das Ding von hinten reinkommt. Ich kann das nicht an Kampf nennen. Ach, geil. So, was ist diese Erde in Historia, die du erwähnt hast? Wie habe ich gesagt, eine Erde ist eine Naturwärmung, die in der Lande circuliert. Wind blöde, Wasser fließt, bärchen fließt, blöden blöden. All actions in Nature leave their mark on the Earthpulse. These marks become etched within the land itself, and remain a part of the Earthpulse, like memories. So. So, it's a record of the world's past. Does it remember human and Moloch deeds? Everything that occurs is part of nature, including the acts of humans, Moloch, and even demons. So that means that even this very conversation is being recorded in the Earth in Historia? Anything bad I've done in secret? Any insults you've ever told behind someone's back? The land sees it all. My insults? It's just an example. Pay it no mind. Does that mean that Inominat is drawing specific memories from the Earth in Historia and showing them to Velvet? I believe so. That's how Rokuro and I saw the same thing, even though we weren't there. With the Earth itself as his vessel. It's a trick only Inominat could pull off. Roughly devious for a self-styled Empyrean. But the attack did strike home. Keep a close watch on her until we're out of the Earthpulse. Right. Velvet Psyche took a heavy blow there. Yes. She's in rough shape. How long do you think she'll last? What do you mean? Just what I said. Remember, hardness alone won't save you from breaking. If she keeps being shaken up like this, she won't be able to handle it. But what can we do? If she breaks, she breaks. Until then, we go on with our mission. What? Can't we help her? If you let sympathy fog your vision, you can end up crashed on a reef. Even so, we can't just let her suffer. It's too much. I'm fairly sure that Velvet would say the same thing if she was in Aizen's place. And do you agree, Rokuro? Me? I still have a debt to Velvet. I will pay it. But in the end... Her fate will be something she'll have to decide for herself. That's true, but... Then I have a decision of my own to make. I won't give up on Velvet. No matter what. I see. Do what you have to. We won't stop you. Yeah. No, the sword. You don't see me. No, you don't see me. No, you don't see me. No. You don't see me. Braube sword. No. Not after. No. No. You stay right where you are. Oh, great. Are we ready for this? Let's go! 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 It's over! Right? It's over! Oh, cool. We're there. So... What do I do now? Man, they learn too much. Oh. Wieder 2 Kisten. Oh, I don't think that's what I can't do. I will not fight against these. I don't want to fight against this. Auch, I don't do well with them. Is here a Cage... Oh, there's one. Ah! I don't want to get in. Not anymore. Okay. Oh, I don't want to do well with them. So, eine haben wir schonmal Ja, 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 gehen wir nicht um Keks Nein, du auch nicht So, gehen wir gleich ins nächste Raum Kiste dürfte, glaube ich, da hinten sein Ja, da ist sie, so weit Ja, 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 bleib mal stehen Bravo, was auch immer du bist, Mama Oh, die nächste Erinnerung Ich bin, wenn sie sich in Ordnung Nein Wenn die Brigands in die Demen Die Offen nicht zuhören Was? Nichts, nicht mehr über das Ich bin ziemlich sicher in meine Karpentrie Und die anderen? Wahrscheinlich wieder auf der Kappe Ich habe sie eine hunderteile Mal Ich habe sie ein paar Mal gesagt, dass es gefährlich ist Laufhe sagt, wahrscheinlich Badgered Velvet zu gehen Nein, keine Angst, sie wird auf ihn Ja, ich kann nur hope, dass dieser kleine Wird so stark wie sie ist, einen Tag Huh? Du bist glücklich, ich hoffe Natürlich bin ich! Ich habe nie gedacht, dass ich so glücklich wäre Ich... 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 Ich wünsche nur, dass ich vorher wusste, dass ich vorher Ich... Ich hätte dir etwas besser gemacht für dich Ja... Du hast das für mich gemacht? Ja... Ich habe alles in mein Herz Ich... Ich werde es immer Ich werde es immer Ich werde es immer Ich werde es immer daran erinnern diesen glücklichen Tag Ich werde es Das ist für unsere Liebe Das ist Ich versuche Ich versuche Ich versuche euch beide mit meinem Leben Ich versuche Ich versuche Ich versuche Ich versuche das Ich versuche Lord Artorias Das ist Lord Artorias Ich versuche Ich versuche Oh... Was wir gerade gesehen haben War das von vor der Eröffnung? Ja... Selika war da Und Artorias noch hat den Arm Es sah nicht wie er ein Exorcist Ich hätte nie gedacht, dass Lord Artorias so leid Aber er hat sich einen Exorcist hat den mantle von Shepard und der Kraft der Welt Alles, weil er seine liebte Frau verloren hat Ich verstehe, wenn du nachdenken wolltest Aber in diesem Fall glaube ich, der Zeit kommt nicht länger Es kommt Es kommt Ich denke, ich habe seine Lachen ohne eine Frage zu fragen Was ein Lachen Ja... Es wird ein bisschen verrückt Und wieder zwei Kisten Ich glaube, eine finde ich auf der einen Plattform Und die andere habe ich keine Ahnung So... Da sieht man ja schon das eine Ja, die eine Kiste Und da ist schon auch die andere Und was hast du da für mich drin? Kirstel Oh... Toll Wieder was ich nicht brauche Ich glaube, von Artorias und Selika hat sie? Wahrscheinlich nicht Das war, als die zwei sind allein und erst einmal zu kennen uns Wir sehen glimpsen von einer warm-lovingen Familie Aber wirklich? Das hat mich auch die Gleiche hier Ich fühle mich nachdem alles, was wir sehen Er versucht zu finden Ich glaube, dass sie wirklich lieben Herrn Artorias hat dass sie glimpsen in front hat sie wahrscheinlich aber ein Dämon wie ich nicht versteht Was ist schrecklich wie es ist aber ich etwas weil wie sie war Artorias sagte Er hat Er Malevolent in Inominat die Illusion in Titania und Inominat her 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 wir alle besser für her Nein ich will nicht kämpfen Kleines Monster Oh noch einer her 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 hat her her So viele von ihnen! Selika, ich komme! Es ist zu lange! Ich nehme Velvet und Laufizet und fließe! Ich kann das nicht machen! I want to have my life with you, with our child. Arthur! Sonica! Arrggh! 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 Arrgghh! Arrgghh! Arrggh! Why? Why? Warum kann ich nicht sterben? Warum kann ich nicht schützen meine eigene Familie? Erinnern Sie diesen Moment gut, Artorias. Menschen sind schweig, erfüllen mit Schäden. Melchior! Die Leute dieser Stadt haben dich und deine Lieblingsfamilie gegeben, an die Dämon-Briggerns gegründet haben. Ein Gegründer, damit sie weg und schützen können. Nein, sie würden nicht. Es passiert oft. Die Grund, die Leute aufzunehmen, ist verabschiedet mit dem Wettbewerb ihrer Sins. Aber... Ich habe einen Methoden, um zu verabschieden, ihre Wissen zu verabschieden. Adolay! Was ist diese unglaubliche Kraft? Nicht sagen, dass der Empyrein, der wir hier sind, war das ganze Zeit. Diese Molokhine... Also haben sie wiedergeboren. Aber nicht verabschiedet. Sie sind nicht die gleichen Leute, die du kennst. Warum? Warum muss der Tod so schrecklich sein? Es scheint, dass die Inominad's Resurrecke ist nicht komplett. Wir müssen ihn umgelegen, bis wir verstehen warum. Ich werde diese Molokhine nehmen. Warte! Ich bin sorry, dass ich nicht meine Erachtung konnte. Ich werde das richtig machen. Ich werde das, was ich bin. Name das Molokhine. Ich werde einen Krieg mit dir machen. Ich werde das, was ich mit dir machen. Ich werde das, was ich mit dir machen. Ich habe die Freunde von meinen Freunden weggelegt. Ich werde das, was du, was ich mit dir zu machen. Das, ich versuche. Mein Name ist Artorius Kolbrand. Ich habe die Wille und die Kraft von Claude in Asgard, der alten Head des Exorcisten. Sehr gut. Die Tragedie heute verletzt, die Verlust und die Verlust. Das Moloch! Es war... ich! Du nicht erinnerst? Nicht überhaupt. Sie sagten, dass du wiederverletzt bist als Moloch. Das bedeutet... Was genau? Der Geist des Menschen, der verletzt, kann, auf den richtigen Trigger, wiederverletzt als Moloch. Du sagst, dass Artorius' Kind wiederverletzt wurde als Lafizet? Wenn was wir sehen, war real. Ja. Ja. Sondern die Moloch-Sinne, die mit ihm ist... die Moloch-Sinne. Die Moloch-Sinne. Aber ich habe sie lange vor. Du... Du... Du wirst nicht wissen, was? Ich wusste. Ich habe bereits darauf geschlossen, wer Seres wirklich war. Belved! Aber es geht nicht. Was ändere sich? Ich werde mich alles beurteilen, um meinen Ziel zu erreichen. Meine Freundin, mein Bruder... Auch der Welt. Das ist, wer ich bin. Das ist alles, wer ich bin. Das war der Tag, wo alles begonnen hat, nicht wahr? Ja, die Öffnung. Inomilat war halbwegs aufgewachsen, und die Dämonen wurden für alle zu sehen. Sein Kraft hat auch fast alle Moloch von ihrer freiwilligen Willen. Das war der Tag. Ich habe nie gedacht, dass Lord Artorias' quest zu ändern, um den Welt zu verabschieden in der Tragedie war. Die Villagern sollten sie niemals auf diese Bandits verabschieden. Es war schrecklich, ja. Aber nichts wunderschönes. Die Leute sind von allem, wenn unter Druck. Auch wenn sie das unter dem Handel des Größeres Goods machen können. Die Familie der Velved war wahrscheinlich die größte außerhalb der Kirche der Nacht. Das ist pure Selbstbewusstsein. Die Menschen sind Selbstbewusstse. Sie sollten das jetzt bewusst sein. Das ist jetzt bewusst. Das ist warum du gesagt hast, was du gerade gesagt hast. Auch wenn du es nicht wussten. Artorias' quest ist, um die Welt zu verabschieden, nicht Artorias' quest, um die Welt zu retten. Ich... 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 Ich meine keine Verabschieden. Es ist nur eine Beobachtung. Ein Mann mit dem Macht, um die Welt zu verabschieden, hat sich auf den Potenzialen der Welt zu verabschieden. Das ist vielleicht die größte Tragedie dieser Nacht. Der Verabschied der Welt. Der Verabschied der Welt. Er hat sich in die Welt verloren. Wow, es hat sich lange gedauert, bis der Schill wieder zurück ist. Geil. Wir wollen erstmal weiter. Oder besser gesagt, ich hol mir mal die Kiste da rein. Ja, wenn ich mich recht erinnere, kommt noch eine Erinnerung. Oh, ein Sprecher. Kann ich ja zum ersten Mal wieder richtig speichern? Anstatt mal den Schnellspeicher zu nehmen. Ich bin Angst, dass ich nicht eine Antwort dafür habe. Wir wissen, dass Menschen manchmal wiederküren als Molokim sind, aber nicht wie oder warum. Es ist wahrscheinlich zwischen Menschen mit größeren Resonanz. Aber der Prozess ist noch ein Mysterium. Hm. Also, es ist nicht etwas, was passiert, oder möglicherweise zu passieren. Ordentlicherweise, zumindest. Aber Velvet's sister war als Ceres. Und ihr unbekannte Kind kam zurück als Lafizette. Was sind die Chancen davon? Es ist nicht eine Chance. Sie beide sterben auf der Schmerzen. Die Nacht. Seine Rebirths vielleicht haben sie beeinflusst durch die Schmerzen. Du sagst, dass ein Gnominat es passiert ist? Es ist eine Entdeckung. Aber ich glaube nicht, dass ein Empyrein, die Leben von Menschen oder Molokim auf seine Weise zu kontrollieren. Und wenn es nicht eine Chance war, könnte es sein Leben sein. Velvet hat gesagt, dass sie nicht Ceres hat. Seine Freundin war als Molokim. Wie kann so eine horrible Sache sein sein? Entschuldigung. Ich wollte nicht sagen, dass es eine Tragedie ist. Aber unsere Schmerzen sind. Die Gooden und die Schmerzen, ob wir es oder nicht. Das macht es ein Leben, oder? Das stimmt. Aber das... Segen Sie sich, Elinor. Velvet und Lafizette sind in ruffer waters als jeder von uns. Sie schauen, dass Sie, um ihren Weg zu bringen. Ja. Ich muss ruhig und ständig bleiben. Was haben wir hier drin? Oh, Seelenflaschen. Mal, was ich gebrauchen kann. Ein Wunder. Ein Wunder. Mal, was ich hier rauskriebe. Wir können rauskriegen. Wir können uns von dort rauskriegen. Arthur. Es ist etwas, was ich möchte, um Ihnen zu sprechen. Ein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder. Ich bin. Es ist ein Wunder, um die WeFlut auf dem Boden zu erfenzen. Ja. Es ist ein Wunder, um Erfunk zu erfenzen. Sehr gut. Ich habe noch nicht vollständig geholfen, aber ich habe deine Noten geschrieben. Du hast geschrieben, dass wenn Ein-Nominat erhebt, wir können eine Welt frei von Dämonen machen. Seit sieben Jahren, ein Mensch mit starken Resonanz, mein eigenes Unbewusstsein, war für dieses Ziel. Jetzt haben Sie die Noten die Resurrecke zu Ende. Weil das alles, die Resonanz hat sich stärker, ermöglicht sie zu sehen. Ja, das ist die Wahrheit hinter der Eröffnung. Also, wenn eine andere Person mehr ist? Die Noten der Eröffnung werden. Die Resurrecke zu Ende werden. Und seine Macht wird die Eröffnung von vielen neuen Exorcien. Und da ist eine andere Skarlete Nacht, sehr schnell. Arthur, ich muss mich fragen. Laufizet? Ich kann nicht das Eröffnung sein? Sag mir, warum glaubst du, dass die Zähne fliehen? Ich glaube, dass die Zähne fliehen, weil sie müssen. Ich habe die Zähne fliehen, auch. Ich habe die Zähne fliehen, wie sie sind. Das ist das, was ich muss fliehen. Jetzt! Wenn wir die Zähne fliehen, dann wird die Zähne fliehen. Wenn wir die Zähne fliehen, dann wird die Zähne fliehen. Dann werde ich nicht mehr leben. Laufizet, warum würde du so sagen? Die Zähne fliehen, das ist meine Zähne fliehen. Das ist das, was ich weiß. Ich bin nicht Angst, dass die Zähne fliehen. Aber ich will nicht nur auf alle Menschen sein, bis ich sterbe. Ich kann es nicht nehmen. Deine Zähne sind deine Zähne. Und sie sind stark. Lüge. Ich muss das nicht sagen. Ich versuche. Ich werde ein neues Leben machen. Ein Leben, in der meine Zähne wird glücklich. Ich werde das nicht sagen. Ich werde das nicht sagen. Ein Leben, in dem meine Zähne werden kann, dass meine Zähne glücklich sein. Osten. Osten. Das ist alles, was alle schuldigte. Wir sind eine Familie, richtig? Hurry, ich werde dich eine Quiche, genau wie sie mir gelernt hat. Keine Worte. Ich denke, du bist ein Exorcist, sogar ihm. Shut up! Er schlief weiter als das, zurück in der Schramme. Ich werde meine Revenge. Revenge für Lafisette! Lafisette hat so viel mehr Schmerz als ich. Ich werde niemals. Und trotzdem, ich... Ich konnte nichts für ihn nicht tun. Entschuldigung. Entschuldigung. Shut up! Es ist eine Lüte! Eine Lüte! Alles ist eine Lüte! Und ich glaube das! Es ist eine Lüte! Die! 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 Ja! 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 I heart you got fired! I will kill you fight! I will kill you! When I die, start out! I can't spray you! When you are getting out of ammo! You have to kill me! I have to kill you! No, I don't hit you! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt muss er aber dann sterben Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich werde mal kurz, äh... Schluss machen und es wird dann direkt in der nächsten Folge weitergehen damit Tschau!